Ein satter grüner Rasen, bis in den Herbst hinein. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Vielleicht sind sie es auch. Als kleiner Tipp, ich würde den Wolf Düngerwagen zum Ausbringen von dem Dünger verwenden. Dadurch wird es gleichmäßig und nichts verbrennt auf dem Rasen. Viel Spaß bei der Anwendung. Ein satter grüner Rasen, bis in den Herbst hinein. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Vielleicht sind sie es auch. Als kleiner Tipp, ich würde den Wolf Düngerwagen zum Ausbringen von dem Dünger verwenden. Dadurch wird es gleichmäßig und nichts verbrennt auf dem Rasen. Viel Spaß bei der Anwendung. Ein satter grüner Rasen, bis in den Herbst hinein. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Vielleicht sind sie es auch. Ich bin mit dem Herbst. Als kleiner Tipp, ich würde den Wolf Düngerwagen zum Ausbringen von dem Dünger verwenden. Dadurch wird es gleichmäßig und nichts verbrennt auf dem Rasen. Viel Spaß bei der Anwendung. Untertitelung. BR 2018